So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Und ja, gerade schon die brandneue und aktuelle Lego Ninjago Serie 9, ein Blister und jetzt ein Multipack mit der limitierten Karte LE27, gerade die 26. Nein, Scherz beiseite, ich möchte meine Mappe endlich vollkriegen. Also öffne ich in diesem Video das Lego Ninjago Serie 9 Multipack mit der limitierten Karte 27. Auch wieder vier Booster, 24 Karten, 24 Spezial, das sind diese Glitzer Karten für 6 Euro. Top. Und ihr wisst, diese Serie, schreibt immer in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und ob ihr sie selber sammelt. Ich werde sie unter das Video verlinken. Sicher, bequem, günstig. Ihr wisst, wenn Boosterkarten neu rauskommen, auf keinen Fall. Ich verlinke euch das. Und durch den Link wird mein Kanal unterstützt. Dafür danke, kriege ich einen kleinen Obolus ab, wenn ihr den Link benutzt. Ihr müsst nicht Ninjago bestellen, ihr könnt auch alles andere bestellen. Das dazu möchte ich nur gesagt haben. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Serie 9 Multipack mit der LE27 öffnen. Euch zeigen, was ich für Karten kriege oder finde. Ich möchte endlich goldene, also nicht die goldene aus dem Blister. Was immer schon mal geschrieben hat, das ist nun die LE27. Sieht cool aus. Das sind die vier Boostertütchen. Jetzt ranzoomen, damit ihr auch wieder was für eine Karten habt. So. Erste Tütchen öffnen. Nach hinten. Und es geht gleich damit weiter, wo es vorhin aufgehört hat, mit Kartenmotive, die nicht so mein Fall sind. Die gehen ja noch. Und jetzt. Ach, jetzt habe ich es schon gesehen. Mein Kumpel Kai. Als mega. Diese Kartenmotive sind auch gar nicht mal schlecht. Die passende Figur vorne, so ein Standdiagramm machen, mega cool. Stört mich nur der weiße Rand, aber den könnte man ja abschneiden. Oh, zwei wieder. Zwei hervorragend. Da muss doch wieder eine besondere Karte bei sein. So, erste. Uh, cool. Eine Ultra. Mega cool. Auch die Effekte sind cool, ne? Ich hoffe, die kommen so rüber. Und, ja, ja. Standard. So, und jetzt sind wir schon an der letzten Boostertütchen aus meinem Multipack. Ja, heute habe ich eben zwei Videos gemacht, weil ihr mir immer in den Kommentaren schreibt, oh, wann kommt wieder Serie 9? Heute zweimal. Kohlefigur, Kohlefigur. Und, da la 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 la. Ach ja, auch wieder ein Standard. Also, das war einmal wieder ein Multipack der brandneuen und aktuellen LEGO Ninjago Serie 9. Ihr schreibt mir, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Ich werde es euch unter dem Video verlinken Damit unterstützt ihr meinen Kanal Und das Wichtigste ist natürlich, was viel wichtiger ist Bleibt gesund, ihr und eure Familien Und dann wie immer Bis demnächst, guckt hin Und schaut zu